Meine Damen und Herren, zurück bei Cantersby. Wir machen die zweite Mission. Schrägstrich die dritte. Machen wir die Imperialisten wieder. Ah, zurück, 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 zurück. Ich glaube, da können wir sich die Waffen irgendwie... Komm ich da um mich? Ah, ok, da können wir die Waffen ändern. Ok, was kann man da machen? Nehmen wir mal die Diplomatenpistole. Schaut ja auch cool aus. Ah, da können wir mehr Waffen nehmen. Was habe ich da jetzt gekauft? Was auch immer ich da jetzt gekauft habe. Ich glaube mehr Munition oder so. Ich denke, ja. Upgraden oder so kann man es glaube ich nicht. Ok, also wir haben jetzt einmal zwei Waffen mit Schaltempfer. Ist glaube ich nicht schlecht. Formeln, was können wir da machen? Blablabla, Überzeugung. Was können wir die Überzeugung machen? Kann man da gar nichts machen. Auf jeden Fall nehmen wir da mal Ausdauer. Passt, dann haben wir mal abgegradet. Ok, und starten die nächste Mission. Was? Netzwerkverbindung unterbrochen. Egal. Internet kaputt. Wie es ausschaut. Chillige Musik. Jazz vom Feinsten. Was? Egal. Bim Bam. Komplett falsch. Mich gefällt das auch da das Gruselot. Sag ich jetzt einmal. Also, der 60er Jahre Look da. Ganz cool. So wie ein uralder Schwarz-Weiß-Fernseher. Soll ich das darstellen, glaube ich, im Hintergrund. Ok. Ja, storymäßig was bis jetzt, was ich da so mitgekriegt habe. Einfach nur Raketenabschüsse verhindern. Damit sie den Mond nicht zerstören. Und wenn der zerstört wird, wird die Menschheit ausgelöscht. Ah, jetzt schauen wir sich das mal an. Ah, ok. Da können wir eh schon wechseln. Fast nehmen wir die Schaltdämpfer. Spradern. Uh, ein mächtiger Silo. Ok. Kann man sich da belassen. Ok, das macht eh nix. Ah, offensier. WTF? Ah, ok. Jetzt sind wir statt 1 schon 2. Das heißt, das ist schon wieder locker alles. Sehr gut. Das hat es glaube ich gar nicht angezeigt am Anfang, dass der Offizier herum ährt. Ah, haben wir da ein Secret-Tier, natürlich. Da haben wir es fast gedacht. Im Zweifelsfall immer links gehen. So wie beim Supermarkt. Statt dass man rechts schaut, muss man immer links schauen. Weil da sind die Schnäppchen. Oder ganz unten im Regal. Oder ganz oben. By the way, so eine kleine Anleitung zum Einkaufen. Bei Lightbringer Industries. Also merke, ganz unten, ganz oben im Regal sind die guten Sachen. In der Mitte ist das klumpert. Das überteuerte. Na gut, schauen wir da mal in die Latrine. Was es da zum holen gibt. Eine Anleitung zum... Ok. Da brauchen wir schon mal 3 Schuss statt 2 mit der Pistolen. Woher? Verdammt, nehmen wir die andere Waffen. Wie es egal ist, hören tut mir anscheinend keiner. Ah, ein Offizier, ein Gentleman. In dem Fall kein Gentleman. Wann dreht er sich um? Oder kriegt ihr das mit? Nein. So, Kamerad. Stopp! Kann man den trotzdem nachschießen? Nein. Oh. Wollt er noch erlösen? Er ist ja auf der falschen Seite. Ok. Was haben wir da? Erste Hilfe? Na ja, ein bisschen was können wir schon hernehmen. Wieso hat der eine Frage gezogen? Wegen der DEFCOM-Stufe oder wie? Das kommt ja bekannt von... WTF? Scheiße, die haben mich gesehen. Wie, wie, wie. Scheiße. Ok. Alles töten, bevor er meinen Raum verlassen. Danke. Bissen wir das auch. Kann ich nicht sehen? Hmmmm. De, 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 de. Boom, eh, schaadt. Boom, eh, schaadt. Boom, eh, schaadt. Kann ich nicht hingehen. Schaadt. So haben wir da wieder Informationen. Ein Highscore meines Rivalen. Wer ist mein Rivale? Ich hab mir gedacht, die habe ich umgebracht alle. Scheiße. Ok, nehmen wir die andere Waffen. Ok. Recht viel Munition. Muss ich ein bisschen sparen. Ich kann da nicht vierig gehen, oder? Nein. Komisch. Also es ist nur 2D. 2,5D eigentlich. Ok. Hm. Ich bin schwach. Schon wieder. Shit. Ich muss alle killen. Weil sonst steckt meine Deathcom Stufe wieder. Boom, eh, schaadt. Boom, eh, schaadt. Boom, eh, schaadt. Was heißt da zwei alarmierte Waffen bleiben zurück? Was soll denn das? Ich bin ja noch gar nicht weg. Shit. Sind wir wieder Stufe 1? Ich bin ja noch gar nicht weg. Also ein richtiger Top-Agent bin ich nicht, aber außer Kunden. Oder doch nicht, sagen wir es so. Verdammt, verdammt, verdammt. Ok, Überzeugung haben wir das. Super. Ich hab keine Ahnung, was das bringt. Aufkommen ich da nicht, oder? Nein. Hm. Das heißt, ich muss sowieso wieder auf die, ähm, da wo die anderen 5 Typen waren. Ähm, die Frage ist, mit der Art interessieren, ob man das nicht schafft, dass man irgendwie, dass man da vorbeikommt, ohne dass man die sehen. Also lautlos. Sind die jetzt alle alarmiert? Kann ich da drauf schiessen? Ich glaub, die sehen mir ja durch das Glas durch, oder? Shit. Ok, die schiessen sich gerade runter. Boof! Waaaaaah! Waaaaaah! Waaaaa! Waaaat de fuck! Wo, wieso haben wir die gesehen gehabt? Naja, gut! Mein Offizier möchte überleben lassen! Das ist verdammt! Eigentlich habe ich da gar nicht drauf geschossen, aber bitte. Uh, ich brauche einen Verbandskasten. Shit. Leute, Leute, das war's, glaube ich. Okay, wenn's über DEFCAM Stufe 1 geht, dann... Scheiße, 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 dann geht das los. Uh, der Raketenstart. Lauf, Alter, lauf! Scheiße. Okay, also... Stay alert! Find the Spy! Hab da jetzt einige stehen lassen. Zumindest ist der Countdown, hat der aufgehört, aber... ...wenn sie mich jetzt nochmal sehen, dann ist natürlich... ...aargh! Shit, ich glaube, das war's. Na... Wo ist denn da der... Ja... Dann ist die Mission... Ich glaube, die Mission muss ich nochmal machen, habe ich schon gesehen. Das war irgendwie ganz schwach. Aber ich bin ja noch am Lernen. Wieso... ...Mission erfolgreich? Ich hab da alles liegen lassen, verdammt! Ist das egal, oder wie? Ich besiege den Rivalen, das habe ich noch nicht gecheckt, wie das funktioniert. Hm... Shit! Kann man das nochmal machen? Okay... ...Moment einmal, geht einmal zurück. Okay... Hm... Ich glaube, die kann man nicht nochmal machen, die Mission. Ah... Machen wir mal die Russen da. Dann sind wir dann waffenmäßig. Na, gar nix. So, hab ich natürlich alles liegen lassen jetzt. Wache best... Okay... Okay, ja, das ist natürlich nicht schlecht. Hm... Drei Offiziere... Ich probier's jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt die gleiche Mission ist, oder ob das jetzt eine andere Mission ist. Ich glaub, man braucht alle Raketen... ähm... Raketenpläne. Kann's aber nicht sagen. Schauen wir mal, ob das jetzt eine andere Mission ist. Aber ich glaub, Silo, das dürfe, glaub ich, die gleiche Mission nochmal sein. Oh, Sandmann-Schläfer... Pfeile... Okay... Na, das ist wieder was anderes. Okay... Ein Rivalisierender-Agent wurde in diesen Ort ausgeschaltet. Okay... Ist das Multiplayer, oder wie? Mal schauen... Keine Ahnung... Hm... Hm... Ah, okay... Ein Offizier... Sehr gut... Was... Shoot... Don't shoot... Das ist auch cool da hinten... Das... Plakat... Das ist auch einfach... Das ist auch einfach... Uh... Knopp... Sarge! Nichts Sarge! Was sind wir da noch? Hinten... Wären die Raketen schon verladen... Privatsammlung von Fotos, die besser nicht beschrieben werden... Naja... Schade! Die meiste der Tarnung haben wir da gefunden... Okay... Def-Komm Stufe 3, das passt... Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen langsamer vor... Hm... Ich muss dich alle killen, da kann ich gar nicht aus... Wo ist er? BAM HEADSHOT Okay Das heißt, wenn wir schnell genug sind und keine Zeugen hinterlassen, dann passt das Das geht sozusagen immer wieder von Raum zu Raum Was war das? Wer ist da? Da ist er! Was? Eieieieieieieieieieiei Das sind da welche da oben Ich hoffe, die geben kein Alarm jetzt Wie kille ich den? Wie kille ich den? Ah, scheiße! Schieß! WTF? Nein! Wieso hat er nicht geschossen? Wie füß! Ach so, ich habe nicht gezielt vorher, okay Nein! 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 Scheiße! Eieieieieieiei Schwach-Schwächer Was? 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 Das war wichtig! Wir sind wieder ein bisschen runtergekommen, oder? Der schwächste Agent, den die Welt je gesehen hat! Agent 00 Agent 00 Eieieieieiei Okay, 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 gleich nach vorne, nach vorne. Wenn ich da die... Ah, schau, hier. Cool. Bleib da einfach hin, ja? Oh, weh, oh, weh. Ja. Puh! Ha! Schau dir selbst, Spy! Er ist tot! Ich schaue dir in den Wochen auch nach. Ah, ein schöner Kielkopfschlag. Ja, ja. Ah, sind wir da wieder ein schönes Upgrade. Yay, Upgrade! Yay! So, Meister der Tarnung haben wir. Die da unten. Die müssen wir auch noch irgendwie killen. Gesichter uns da. Boah, das ist natürlich wieder... Schießen kann ich nicht auf der Leiter. Aber so geht's. Nicht wieder! Oh, da ist jemand da. Puh! Puh! Es ist ein Spy in uns. Ah, du... NAH, WTF! Alter, ich bin... NAH! Puh! Schon wieder kurz vor dem Raketenstart. Gesundheit im Arsch! NAH! Das gibt's ja gar nicht. Stopp, Spy! Die Kameras sind ganz schön hundig. Eieieiei, Munition haben wir auch nicht mehr recht viel. Hm... Ich brauche ein paar Upgrades, damit's für mich leichter wird. Vor allem habe ich nicht gesagt, das ist schon wieder das leichtes Spiel, aber... NAH, JAH! Es geht da hin! Da geht's glaube ich weiter. In dem letzten Raum. Boah, knapp! Puh! Na, woher haben wir jetzt mal ein Gesundheit Upgrade? NAH! Äh... Kann man da laufen eigentlich? Kann man nicht. Man kann nur hechten. Gut zu wissen, sind wir zumindest nicht mehr schneller. Kameras haben wir da eh keine. Schauen wir mal, was es da vorne gibt. Dann müssen wir, glaube ich, mehr in die Luftschächte aufhalten. No Spies? Das ist eine No Spy-Zone. Eine No Spy-Zone! Ein leise Läufer haben wir ausgezeichnet. Können wir da mit dem Lift aufhören können? Ja. Achso, da werden wir wahrscheinlich noch runterfahren können. Wie geht's da lang? Oh, oh. Show yourself! No! Headshot! Puh! Sind wir da? Ist das schon die Abschussrampen oder wie? Nein. Startplan, okay. Ich hab keine Ahnung, für was das gut ist. Noch nicht. Ich muss mir das ein wenig anschauen. Oh, oh. Offizier. Ah, okay. Intruder! Huh. Okay. Wieso der eigentlich... es sind immer irgendwie... etwas gratuites zu werden! Oh, genau. Das werden wir gleich machen. Oh, oh. Er hat ihn gesehen, glaube ich. Jetzt lassen wir mich nachtun Fuck you Scheisse, 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 das wird ganz knapp, ganz knapp Einer noch Boah, guter Hitshot Puh, knapp 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 Die Kameras sind eh keine mehr Äh, kommen wir da auf irgendwie? Nein Okay Ein paar Treffen und ich bin hinüber Im Agenten Himmel Okay, da gibt's glaub ich sonst nichts mehr Da ist auch nichts mehr, oder? Atombomberl hängt da, die dicke Bärta Ja Und ein wunderschön, Mission accomplished Wie's ausschaut Ja 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 Müßig gegangen, weil ich so schlecht bin, kriegt man eine Trophy, oder wie? So wie auf die Art, ein blindes Hund findet auch mal einen Korn Hehehe Ahja Was ist jetzt abgestürzt, oder wie? Keine Ahnung, sieht aus wie wenn sich das Spiel aufgehängt hätte Aber macht nix, wir machen mal einen Cut Und wir sehen sie dann, bis gleich Lass mich gerne Ja A A A A